Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Natürlich ist es so, dass wir einen Tag vor Release und manche von euch sind jetzt gerade in Neuseeland und machen da Urlaub und spielen da schon. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, ich habe überlegt, ob ich meinen PC umstelle, sodass ich von Neuseeland aus schon spielen kann. Ich habe überlegt, ob ich darüber ein Video mache. Ehrlich, ich habe keinen Bock gehabt. Mir ist das zu blöd. Ich warte einfach wie jeder andere auf morgen und fange morgen an, weil irgendwie ist es komisch. So richtig viele in der Spielerbase sind immer so, ah scheiß Call of Duty, alles richtig kacke. Und dann, wenn es darum geht, aber auch nur eine Sekunde früher als ein paar andere spielen zu können, drehen alle ab und gucken sich schnell Videos an. Also jeder, der jetzt schon Spaß hat, absolut in Ordnung, ich fange morgen an. Es fängt aber natürlich einen Tag vorher diese fette Diskussion an und ihr werdet es bei so vielen YouTubern schon gesehen haben. Und da ist so viel Clickbait bei und so viel falsche Infos. Pay to win Audio in Call of Duty. Und als YouTuber bezahlen solche Videos, wenn man sowas am besten mit so einem richtig schlimmen Thumbnail, wo man dann vielleicht sogar so 100 Kills drauf schreibt, die Rechnung am Ende des Tages. Tatsächlich ist aber folgendes die Tatsache gerade. Oder tatsächlich ist folgendes die Tatsache, absolut schlechtes Deutsch. Wir haben die Diskussion um die Zusammenarbeit von Activision mit Embodi und es geht um Head-Related Transfer Function für den Enhanced Headphone Mode. Das ist nichts anderes als, was einige gerade sagen. Ich zahle 20 Euro und habe besseres Audio in Black Ops 6 als andere. Während ich euch jetzt genau aufkläre, was das eigentlich ist, warum das eigentlich was Gutes ist und warum man da jetzt ehrlich bei dem Thema, während man bei allen anderen Themen oder vielen anderen Themen bei Activision echt draufhauen kann, während man es hier eigentlich sehr angenehm und ruhig angehen kann. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr könnt das bei Embodi genauso wie bei Call of Duty für euch nehmen. Und es gibt hier zwei verschiedene Optionen. Das eine ist die Gratis-Version, die für alle zur Verfügung steht, also für alle Player, egal welche Plattformen. Und das andere ist die Bezahl-Option. Und diese Bezahl-Option bietet euch im Gegensatz zur Gratis-Option die Möglichkeit, euer Audio auf eure Ohren, eure Ohrmuschel, eure Kopfform, eure Ohrform individuell einzustellen. Und da könnt ihr dann eben verschiedene Settings bei auswählen. Und das ist euer personalisiertes Profil und hier steht Mission Präzision. Viele lesen das und sagen solche Sachen wie, ja, wenn ich keine 20 Euro ausgebe, habe ich schlechtere Audio. Und wenn ich keine 20 Euro ausgebe, haben andere Vorteile. Tatsächlich werden 90% der Spieler, egal ob von der Gratis-Version, das ist das universelle Profil, oder von dem personalisierten Profil, weder einen Vorteil noch einen Nachteil haben. Denn 90% der Spieler haben eine Kopf- und Ohrform, die es ermöglicht, dass das Audio, was eben durch dieses Profil, abhängig von eurer Ohrform, Kopfform, Entfernung, besser in euer Gehörgang treten soll, für bessere Steps hören und solche Sachen, dass das gar keinen Unterschied macht, weil die Kopf- und Hörform von den meisten von euch normal ist oder so, dass es gut funktioniert. Es gibt aber eine Minderheit an Spielern, die eine komische Kopfform haben, die komische Ohrformen haben, wo der Abstand zwischen den Ohren extrem groß ist oder klein. Oder es gibt verschiedenste Merkmale, weil jeder Mensch einfach einzigartig ist, die dafür sorgen können, dass Audio über Headsets, und es sind ja Standard-Headsets alles, und es gibt ja natürlich für 1000 Euro übliche Speziellen, aber wir reden von normalen Headsets zwischen 50 und 250 Euro meinetwegen, die euch gar nicht ermöglichen, das besser zu machen. Und dazu gibt es hier auch so einen kleinen Erklärungsguide, den kann man sich dann irgendwie geben, wenn man sich das einmal anguckt. Ihr habt den normalen Enhanced Mode im Game drin, mit dem individuellen Profil erst als Upgrade. Playstation-Nutzer haben sowieso 3D-Audio, da glaube ich aber, ich glaube, dass ihr bei 3D-Audio automatisch eben auch die gleiche Option habt. Aber wenn jetzt irgendjemand sagt, er will es unbedingt ausprobieren, ihr müsst dann, wie bei so einer Verifizierung, kann man fast sagen, könnt ihr hier angucken, euren Kopf drehen, dann wird euer Kopf analysiert, eure Ohrform wird analysiert. Und wenn all diese Sachen analysiert sind, errechnet dieses System über euer individuelles Profil, wie der Klang von Steps, von Schüssen, von Magazinen, die nachlehnen, von Granaten, in euer Ohr kommt. Da gibt es so viele Diskussionen jetzt geradezu, dass das Pay-to-Win ist. Und Tatsache ist, egal ob ihr es kauft oder nicht, ihr habt den gleichen Sound wie jeder andere im Game. Das Einzige, was sich hierdurch verändert und ihr habt 4 Wochen Trial, das heißt, ihr könnt es theoretisch umsonst testen und dann wieder kündigen. Der einzige wirkliche Unterschied ist, den ich tatsächlich sehe, dass die Leute, die wirklich Probleme mit dem Hören haben, die wirklich Probleme haben mit falscher Ohrform, falscher Kopfform oder sowas, dass die die Möglichkeit bekommen, ihre Probleme, die sie beim Gaming haben, einzustellen. Was mich ein bisschen an der Sache stört und was jeder bei sich so ein bisschen für sich selber auch wissen sollte, ist die Tatsache, diese scheiß WhatsApp die ganze Zeit, ey. Das, was jeder für sich so ein bisschen bedenken sollte, ist, das ist nur für Black Ops 6. Das heißt, ihr könnt diese 20 Euro für euer individuelles Profil auswählen. Es läuft aber trotzdem darauf hinaus, dass ihr das rein theoretisch aktuell für jedes andere Game auf eurer Plattform wieder neu machen müsstet. Geil wäre ein System, was diesen Leuten helfen würde, was man einmalig bezahlt. Also einmal 20 Euro für das individuelle Profil und dann ab die Fahrt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber das ist ja unfair, da ist ja der Sound besser. Ihr könnt für die kostenlose Version, die ihr hier habt, Steam Battle.net kommt eben darauf an, wo ihr es haben wollt, könnt ihr einfach die kostenlose Version nehmen und es einfach dort testen. Oder ihr gebt halt die 20 Euro aus, habt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und macht es über den Enhanced Headphone-Mode, über den Guide hier, macht es, wie es hier beschrieben ist und kauft euch das. Ich bin sehr, sehr sicher, dass ihr keinen Audio-Vorteil davon habt. Ich bin sehr, sehr sicher, dass es kein Pay-to-Win ist und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das ein absolut nerviges Thema ist, was einige YouTuber einfach richtig fett breit ausschlagen, weil wenn ich jetzt hier sitzen würde und 10 Minuten darüber meckern würde, Pay-to-Win, Activision, verarscht uns wieder, was für eine Kacke, boykottiert das, dann wäre das das Video, was wahrscheinlich mehr Aufrufe generieren würde. Es wäre aber schlichtweg, nach den Daten, die wir jetzt haben und nach den Infos, die wir jetzt haben und nach den Meinungen der Leute, die Ahnung haben, schlichtweg falsch. Und es gibt bei sowas immer ein paar YouTuber, die ihr Geld leider mit YouTube verdienen und einer davon, ich nehme jetzt mal gar keinen deutschen, weil ich keinen Bock habe, mich hier wieder mit irgendwelchen Assis in Deutschland anzulegen. Solche Leute, Blame Truth. Das sind Menschen, die nur Content darauf basierend machen, dass sie komplett abledern. Da gibt es nicht ein positives Video zwischendurch, da gibt es nichts Positives, da wird alles in den Dreck gezogen. Egal, ob stimmt oder nicht, einfach nur für den Fall der Fälle, dass man eben sagt, selbst wenn da was Gutes ist, wenn ich was Schlechtes draus mache, kriege ich Geld dafür und wenn ich Geld dafür kriege, will ich das bei YouTube unbedingt einzeigen. Bei der ganzen Diskussion muss man abschließend auch bemerken, dass das jetzt nichts nagelneues ist, was wir hier haben, sondern Cyberpunk hat das bekommen, mit Dolby Atmos hat man das teilweise bezahlen müssen. Das heißt, Activision ist nicht das erste Publisher-Phänomen, was sowas anbietet und jedes Mal, wenn die Möglichkeit besteht, Leuten zu helfen, die diese Franchise feiern, die FPS-Games feiern, die damit zu tun haben, die aber Probleme haben, diese Games zu spielen und Audio zu empfangen und auch grafisch Dinge zu empfangen, jedes Mal dann bin ich der Meinung, dass es gute Sachen sind, die man durchaus befürworten kann. Sollte sich am Ende, und ich werde es, wenn es jetzt im Full Release ab morgen ist und ich auf Tarnung gehe, werde ich es irgendwann testen in diesen 30 Tagen. Nicht mal, weil ich es behalten will, sondern einfach nur, um dann nochmal ein fundiertes Video mit Praxiserfahrung zu machen, werde ich euch nochmal separat darüber erzählen, wie es ist, aber Stand jetzt, lasst euch da nicht wahnsinnig machen, lasst euch da nicht verarschen von Leuten, die einfach nur Clickbait machen. Ich sehe keinen Grund dafür und davon auszugehen, dass wir aktuell ein ganz klares Pay-to-Win-Element haben und damit ist das Thema für mich erledigt. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, ich bin raus, haut rein.